Musik Können Herzen singen, kann ein Herzenspringen Können Herzen klein sein, kann ein Herzensstein sein Aus Hamburg, Gennady Golovkin Ich darf Ihnen beide Boxer vorstellen, die blaue Ecke, 32 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 72,0 Kilogramm schwer und Profi seit April 2003 Seine Kontas Profi, 21 Kämpfe, 17 Siege, davon 5 durch K.O. und einen Unentschieden aus Weißrussland, Sergej Komitski In seiner Ecke sein Trainer Michael Mitschleck Die rote Ecke, 25 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 72,5 Kilogramm schwer und Profi seit Mai 2006 Seine Kontas Profi, meine Damen und Herren, 7 Kämpfe, 7 Siege, alle durch K.O. Als Amateur war er Weltmeister 2003, Silber war der Olympiade 2004, Juniorenweltmeister und 5 Mal Asienmeister Aus Hamburg, aus dem Spotlight Boxing Team, Gennady Golovkin In seiner Ecke sein Trainer Margomet Chaburov mit seinem Erfolgsteam Volker Grill und Christoph Busch Die Offiziellen dieses Kampfes, Punktrichter Arno Pockrand aus Köln, Oliver Brieden aus Berlin und Rink- und Punktrichter Manfred Küchler aus Hannover Sergej, Gennady, wir gehen für 8 Rounds, expect a clean fight, listen to my orders all the time, touch gloves now, after the fight, good luck to both of you Herr Rink, 3, 1, 10, 1, Box Regjem Pastor Facultor is Rink Julie has a chance to heit Und ich liebe sie, die D 텐데 ganz schön alle wieder Gennady aus Holy Sert有沒有 Be勾 были außeranges, surgeth一些 que Size Gennady Köln Her assureрем春 der Sert poetic sind Hanover Gennady Vielen Dank. 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 ... Kuss! Du hast gehört, ja? Lauf ist wieder. Arbeit! Du hast es in der Klasse! Geh' dich in der Klasse! Schauf, schauf, schauf! Schauf, schauf! Schauf! Schauf, schauf! Ja. Ja. Ja? Ja? Okay. Begevragende 3. Ja? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8. 3, 4, 5, 7, 8. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8 1 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8 1 4 6 7 8 1 4 6 7 8 2 4 7 7 8 1 4 7 8 1 4 7 7 8 Ja, meine Damen und Herren, bevor ich jetzt das offizielle Urteil verkünde, wir haben einen tollen Kampf gesehen. Riesenapplaus für beide Boxer. Und hier das offizielle Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der fünften Runde nach 1 Minute und 59 Sekunden aus dem Spotlight Boxing Team aus Hamburg, Gennady Golovkin. Und einen vielen Applaus für unseren tapferen Gegner aus Weißrussland, Sergej Komitzki. Applaus Und auchulsein. Vielen Dank.